Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Wings of Empires. Naja, eigentlich hätte ich hier ein anderes Spiel gehabt, da habe ich aus Versehen schon gespielt. Gut, deswegen spielen wir jetzt hier bei den täglichen Stundtickets. Wings of Empires. Wings of Empires. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ich werde jetzt mal starten, voll betreiben und habe auch meinen alten Account bei dem Spiel gefunden. Go, go, go. Okay, wir sind hier und bei mir angegriffen. Ich glaube nicht. War ja nicht rot gewesen. Meine Burg. Kein Angriff. Gut, also in der Burg wieder rein. Und dann werde ich jetzt erst einmal alle orangenen Dinger hier abhaken. Melone. Okay. Die sehen aus wie diese weinenden Kinn auf dem Gemälde. Hatte meine Mutter damals gehabt. Gut. Das ist aber noch ein paar Mal. Da ist noch mal mehr. Oh, ja. Das ist wirklich wichtig. Da war es bei uns. Das war hier. Beschwörden, Zieler, Kostnose, Beschwerden. Ist bei denen vielleicht später passiert alles, ok? Geiler, Beschwerden, Zieler. Ok. Beschwerden, äh, hier noch eine kostenlose. Supi. XP. Ich habe nur das Zweihändig trainieren können. Das ist gut. Oder auch schlecht. Was habe ich hier? Keine Ahnung. Oder ein böser Mann. Hm, da können wir gleich mal rein gehen. Aber erstmal machen wir hier. Alles ready. Hi. Eine Frage. Immer noch. Was ist mehr? Was ist mehr? Jetzt müssen wir was für Geld verkaufen. Was ist das da hinten? Ah, die Ausgrabungsstätte. Oh, da ist noch ein Feind. Oh, da ist noch ein Feind. Oh, da ist noch ein Feind. Der hat eine Truhe. Da ist noch ein Feind. Einen Wunsch kommen. Und den machen wir nachher erst. Wenn ich sehe, was ich brauche. Ich glaube, bislang brauche ich noch gar nichts. Oh, nichts. Eine Forschung. Die machen wir. Wir machen Forschung. Technologie. Oder Wirtschaft. Wirtschaft. Wirtschaft ist glaube ich gut. Dann kommt hier das Trainieren. Meiner großen Armee. Die Leute sind hier bei mir. Ich weiß nicht, was ich mir posten kann. Ich weiß nicht, was ich mir posten kann. Oder die große Armee. Ach, das ist wieder ein Feind. Oh, spielen. Ich darf 2x. 1x. 2x. 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 Oh, war nichts gewonnen. Also, man gewinnt nicht immer. 2x. 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 3x. 4x. 2x. 4x. 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 5x. 5x. Das geht nicht mehr. Gute nächste Kiste angefahren. Ah, hier steht auch die Zeit. Ich muss etwas Training machen. Ach, ein bisschen beschleuniger. Gut, dann kann ich es halt nicht beenden. Hier soll das beschleunigen. In einer Minute ist es fertig. Okay. Da steht 8. Ausrüsten. Ausrüsten. Mit Stufe 8 bekommt er die nächste. Welche Stufe hat er denn? Hm. Okay. Da haben wir das erstmal. Videos anschauen brauchen wir nicht. Ich muss das ja mal drauf drücken. Ich mach mal kurz einen Stopp. Alles mal kommt hier auf der Abfrage. Videos schauen wir glaube ich nicht. Links zu müssen. Schnell rein. Also geht es weiter. Bis zum nächsten Mal. Ich hab kein Gold. Alle auswählen. Nachricht lesen. Alle auswählen. Alles abholen. Alles auswählen. Alles auswählen. Alles auswählen. Alles auswählen. Alles auswählen. Alles auswählen. Und Nachrichten lesen. So geht das. Ich hab dazu gelernt. Ok. Dann wird jetzt abgegradet. Wir wollen das mal. Dann wird ein bisschen wie 6mm besuchen. Es ist eine Funktion von E-Links. Und so ein Tausend E-Meter. Und auch ins Sommer. Gut. Ähm, was kann ich noch? Ja, ist auch cool. Ich bin auch dabei, dass wir verbessern. Junge, Junge, Junge. Dann würde ich mal sagen, der Wunsch, den wir haben. Wir haben gerade sehr wenig Lebensmitte. Wir haben immer noch weniger Lebensmitte wie heute. Da darf ich aber nichts mehr dran ändern. Das und C sind immer die leichteren Aufgaben. Da bin ich in einer Allianz. Beim Tauschpost. Das heißt, ich da auch gut. Wir tauschen wir mal Gold. Ich habe kein Gold. Ich bekomme hier... Okay. Okay. Dann habe ich hier eine VIP-Einstimmung. Okay, genau. Mal hier. Für Holz. Lebensmittel. Das ist auch mal gut so was. Ich bezahle nur 36 Holz. Krieg, 70.000 Lebensmittel. Ja, 5.000, 5.000 ist es ja. Oh, das ist schlimm. 35.000. Das ist der Preis. Das ist der Preis. Ne, Gold nicht. Hier ist es alles von Gold. Also, weg hier. Dann machen wir hier einen Quest fertig. Dann nehmen wir jetzt den hier. Ich bin in keiner Allianz. Das kann doch nicht wahr sein. Dann trägst du mal auf. Deine Leute sind hier da. Sprache Deutsch. Kein Problem. Wer ist denn die Allianz? Gabriela, 45. Die Alexa. Gut. Jetzt bin ich in der Allianz, oder? Ich bin lieber da hier hoch. Allianz. Geht rein. Ich hab dich nicht bei gekriegt. Ich muss mich erst bewerben. Dann muss ich erst mal warten. Ne. Ne. Darauf habe ich keinen Lust. Ne. Nochmal. Darauf. Ich weiß nicht wie ich da hinkomme. Das hinkomme ich jetzt. Diesem Weg. ног Quietschen hier. Ich schreib mal Deutsch rein. Auch wenn ich nicht immer viel mit den Leuten schreibe, aber... Ich schreib mal, dass ich nicht mehr mit den Leuten schreibe. Ich schreib mal, dass ich nicht mehr mit den Leuten schreibe. Ich schreib mal, dass ich nicht mehr mit den Leuten schreibe. Ich schreib mal, dass ich nicht mehr mit den Leuten schreibe. Ich schreib mal, dass ich nicht mehr mit den Leuten schreibe. Ich schreib mal, dass ich nicht mehr mit den Leuten schreibe. Ich schreib mal, dass ich nicht mehr mit den Leuten schreibe. Ich schreib mal, dass ich nicht mehr mit den Leuten schreibe. Ich schreib mal, dass ich nicht mehr mit den Leuten schreibe. Ich schreib mal, dass ich nicht mehr mit den Leuten schreibe. Ich schreib mal, dass ich nicht mehr mit den Leuten schreibe. Ich schreib mal, dass ich nicht mehr mit den Leuten schreibe. Es ist ein Asso, das ist ein Versturm, das hätte ich gesagt. Ah, sehr gut, ok. Vielleicht Allianz-Grad ist beigetreten und kann ich dann nichts machen. Hoffentlich diese aber in 100 Tagen. Ja, bisschen komisch. Aber ist halt so. Ähm, ja. Ich glaube dann... Ausgrabung für 4 Stunden, Start. Dann machen wir einfach hier mal rein. Rein. Machen wir hier mal rein. Ich glaube zwar nicht, dass ich das überlebe, aber... Weil ich so eine kleine Gruppe habe. ...und Brochow. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja. Ja, Mann. Ja. Jetzt kommt der Boss. Und, der ist der Boss. Da, 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 da. Da, da. Äh, ich glaub, das fände ich. Ich muss drei Runden mal das, glaub ich, überlegen. Und ich muss weniger verloren haben wie der Gegner. Aber hab ich nicht. Verloren. Verloren. Da sind noch drei Aufgaben. Mein Ami wird größer, größer und größer. Das Allianz Schiff. Wenn ich auf der Karte schaue, ist kein See in Ami. Noch nicht mal im Fluss. Ha. Kein Kommentar. Kein kostenlose Beschwerung. Da. Und das Poster. Und dann noch einer. Und dann noch einer. Und dann noch einer. Und dann noch einer. Es sind bei mir so viel... Ich bin gleich unterwegs. Oh, mir ist schon ein bisschen mehr geworden. Also die tägliche Quest hier kann ich einfach noch nicht machen. Weil ich habe ja noch gar nichts. Alle Leute waren gestorben. Ich muss die Leute wieder neu auswählen. Deswegen... Helden trainieren. Ich habe nur 2 Helden. Jetzt können wir nur 2 trainieren. Aber ich könnte vielleicht... Beschworen. Ich habe hier schon mal 5. Hier 13. Aber mal 10 neu. Vielleicht habe ich ja einen Helden dabei. Bestätigen. Wahrscheinlich. Bestätigen. Bestätigen. Der letzte. Bestätigen. Oder... Die Helden sind nur... Bei den goldenen dabei. Also ich kriege hier nur Puzzleteile. Mit denen kann ich zwar später auch die Helden freischalten. Aber... Jetzt gibt es noch sowas. Da steht hier direkt so ein Held. So... In 5 Minuten bin ich fertig. Mit dem was zu machen, Leute. Ja, das dauert schon ein bisschen länger, länger, aber noch keine Zeit, Verteilung da, ich habe hier keinen Start. Da besitze ich noch was von, von den anderen nicht. Ähm, was habe ich denn hier noch reingebelogen? Da ist noch ein Böser Mann, da ist ein Böser Mann, da ist ein Böser Mann. Gelegt, da war nichts, wieder herstellen. Da ist ein Böser Mann, da ist ein Böser Mann, da ist ein Böser Mann. Da ist ein Böser Mann, da ist ein Böser Mann. Da ist ein Böser Mann, da ist ein Böser Mann. Da ist ein Böser Mann, keine Frauen. Ein Denkmal. Oh, die letzte Quest. Oh, die Ansicht ist ja cool. Man kann es verschieben. Und das ist ja mal nice. Oh, das ist ja mal nice. Wie geht es dem Drachen? Und welches Leber hat er jetzt? Bobo. DJ Bobo, habe ich da genannt. Da ist ein Böser Mann. Und die nächste Forschung wird schaffen. Okay. Okay. Ich mache meine gleiche Stille, ja. Vielleicht fertig in einer Minute. Das war's. Das war's. Das war's. Das gibt's auch nicht. Oh, Details. Passt schon. So, dann werde ich mal sagen, das war's für heute. Ticket brauche ich nicht abholen, weil das Stundticket kann man nicht abholen. Aber ich sage schon mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei seid. Bis dahin habe ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.